Was kann ich für euch tun? In der Nähe anderer Pflanzen. Man sieht sich. Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Wie geht's? Wie viele habt ihr gefunden? Das sind genau die richtigen. Die Jungs werden bald wieder auf den Füßen sein, sobald ich das hier in etwas Essbares verwandelt habe.